Sarkopenie, der Muskelschwund, eine gefährliche Erkrankung, die allerdings zu normalen physiologischen Alterungsprozessen dazugehört. Sarkopenie ist dann gefährlich, wenn der Muskelschwund massiv zunimmt, zum Beispiel durch Bettlägerigkeit. Durch 10 bis 14 Tage Bettlägerigkeit verliert der ältere Mensch 20 Prozent seiner Muskelmasse und benötigt sechs bis zwölf Wochen, um diese wieder hart auftrainieren zu können. Also bleiben Sie in Bewegung und halten Sie Ihre Muskeln fit.